Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 25.10.2024. Und ja, die Bären mussten sich gut festhalten am Donnerstag, denn da gab es ein bisschen Stoßgewalt nach oben. Wir hatten über unseren DAX gesprochen und auch die Möglichkeit, dass er jetzt eben die Chancen mal nutzen sollte, aus der Bewegung heraus unten raus mal ein bisschen zu beschleunigen, um hier das Ruder ein bisschen besser auf der bärischen Seite zu verteilen, damit es unten raus dann leichter geht. Einfach weil das so ein wichtiger Punkt jetzt hier wäre, nach dem erreichten ersten Ziel, hat man gesagt, soll er eben hier einfach ein bisschen Druck rausnehmen, hatten aber auch klipp und klar gesagt, dass hier einfach noch viel zu viele Käufer im Markt drin sind und die den dann wahrscheinlich auch erstmal wieder hochziehen würden. Aber dieses Anstechen nach unten, hätte es ihm dann eben leicht gemacht, auch am Freitag weiterzufallen, auch wenn er sich dann wieder hochgezogen kriegt. So hat man es gesagt. Auf der anderen Seite hat man ihn nicht über 3.60 haben wollen, weil wir schon gesagt haben, naja, wenn er über 3.60 geht, dann wird er hier oben an der 4.60 rumprobieren. Und das haben wir gestern auch gesagt, das wird halt schwierig, den da nach unten abzuwehren. Das werden wir sowieso nicht hinkriegen. Und dann wird er sich wieder Chancen Richtung 7.30 eröffnen und im Grunde genommen ist er da jetzt reingelaufen. Ja, äh, federtreibend, nee, wie sagt man, ja, wisst ihr was ich meine? War, glaube ich, hier Tesla so ein bisschen mit, äh, ja, federführend jetzt, der Schuldige, kann man eigentlich so sagen. Denn, ähm, wenn, ähm, wenn was hier bei uns stark belastet hat, dann war das ja mit, also die komplette Automobilbranche, Autoslieferer, äh, gerade daran, VW, Elektroauto, schwächende Nachfrage, da haben viele, ich sag mal, die ganze Wirtschaftskraft Deutschlands, auch wenn man sich so mit Bekannten unterhält und so, wenn man, äh, wenn die so untereinander erzählen und man sitzt da noch so unbeteiligt daneben, da heißt es, oh ja, und Deutschland und guck mal bei VW und ach, uns geht's ja so schlecht und Deutschland schafft sich ab und wie schlimm ist die Regierung. Ne, das hat man immer so in einem Atem zugebracht. Ach, dann, jetzt hat sich Tesla hingestellt und hat gesagt, ja, so dolle viel mehr verkauft haben wir nicht, aber nächstes Jahr werden wir mehr verkaufen und die, 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 äh, Kosten sind ja natürlich aber auch gesunken für die Fahrzeuge, halt, die Materialkosten sind ja gesunken, dadurch haben wir mehr Marge, ist ja alles fein halt, ne, und das macht natürlich nun viel Hoffnung oder hat viel Hoffnung jetzt hier wahrscheinlich gemacht, ähm, denn gerade auch im DAX haben die Automobilwerte hier ordentlich mitgetrieben, ne, und, äh, das Stimmungsbild ist einfach jetzt plötzlich so ein anderes, ähm, von, von hin zu, ach Gott, wir haben uns hier mit den E-Vahrzeugen die ganze Wirtschaft kaputt gemacht, hin zu, naja, wird ja doch irgendwie wieder, und, ähm, da bin ich jetzt sehr gespannt, wie der Freitag jetzt kommt, denn, jetzt kommen die Deutschen, jetzt kommt Porsche, jetzt kommt Mercedes mit den Zahlen, also, es könnte interessant werden, mir an sich ist es egal, wie die Zahlen letztendlich ausgefallen, wir haben unsere, so wie wir sagen, über eine 360 geht er in die 460, wenn eine 460 geht, geht er, geht er höher, ähm, so haben wir unsere Punkte, an denen wir uns bewegen, aber ich möchte nur den Gedanken im Kopf schärfen, dass hier wirklich auf beiden Seiten Überraschungspotenzial am Freitag jetzt da ist, ne, also, wenn zum Beispiel, dass die Deutschen Automobilbauer so überhaupt nicht widerspiegeln, das was Tesla gemacht hat, kann die Stimmung halt auch sehr schnell wieder kippen, die jetzt kurzfristig sehr schnell aufgeheitert wurde, und dafür braucht es charttechnisch nicht viel, denn der Markt hat sich ja perfekt vorgelegt und, ähm, den Ausbruch aus dem Abwärtstrend gesetzt und gleichzeitig auch schon den Pullback angefahren, ne, wir sind von oben jetzt schon mal auf die 400 zurückgelaufen, ähm, haben wir uns jetzt hier aufgedreht und jetzt ist hier wirklich wichtig, bleibt es dabei und er dreht wieder hoch, dann läuft er Richtung 600 und dann geht er auch Richtung 37, ne, also wenn der jetzt hier am Freitag sich den Buckel hochmacht und er streckt sich über eine 600 und geht er höher, würde ich schon da mit rechnen, dass wir gegen Montag dann auch eine 37 einlaufen, äh, wenn nicht sogar schon höher, ne, also das, das bleibt definitiv so und damit können wir auch die bullische Route eigentlich direkt schon abkürzen, indem wir einfach sagen, alles was über 4,50, 4,80 rausgeht, ist erstmal positiv zu werten, gibt uns Raum in die 600 rein, gibt uns Raum auch darüber neue Allzeithochs anzustechen Richtung 37 und mehr, ja, sollte der aber jetzt hier wegklappern, dann und unter die 400 wieder drunter zu fallen zum Freitag, wäre das natürlich scheiße, weil er dann seinen Pullback fallen lässt und wieder in den Abwärtstrend reinfällt, fährt er wieder in den Abwärtstrend rein, war das ein Fehlausbruch, war das ein Fehlausbruch, folgt dem DAX in der Regel ein neues Tief, ja, das heißt, im Umkehrschuss gehen wir am Freitag baden, egal ob die Zahlen von Benz und Porsche gut oder schlecht aufgefasst werden, gehen wir am Freitag baden und tauchen hier unter die 400, laufen wir Gefahr, hier erstmal A, wieder in das Gap reinzuschießen, 3,40, 3,20 anzurennen und B, dann auch drunter zu stechen und drunter zu stechen heißt dann wirklich 220, 200 anzulaufen und das ist zum Freitag durchaus realistisch, das sind knapp 200 Punkte, das kann er schaffen, ja, gerade vor allen Dingen, wenn er sich von Beginn vielleicht auch direkt nach unten wirft, ja, und da haben wir eine schöne Konstellation, man muss aus technischer Sicht sagen, wir haben den Abwärtstrendbruch, wir haben den Pullback, ja, also es ist sogar jetzt eher tatsächlich so, dass man ein bisschen wieder sich nach oben öffnen müsste und der bärische Eindruck ein bisschen leicht verzogen ist, aber es ist für einen Dax in der Situation tatsächlich relativ leicht, das Ding zu kippen, zumal er ja hier wirklich auch viel schön aufgesaugt hat. Er hat schön viel aufgesaugt, was er jetzt halt auch nach unten raus wegspritzen könnte und dann könnte er seine Dynamik hier unten liefern, die wir gestern eigentlich nach unten sehen wollten, ja, aber er müsste halt sich da jetzt unter der 400 etablieren, da wieder drunter und dann weiter und dann würde das reinpassen. Man könnten sogar die einen oder anderen, die ja noch auf ihre SGS bestehen, eine Schiefe ziehen, mache ich nicht so gerne, aber wäre dann theoretisch noch möglich. Die SGS, wie wir es so besprochen haben, mit der 400 über die 600, würde man so dann nicht nehmen, aber man könnte sie dann schief ansetzen, ja, dass man dann sagt, das ist der Nacken, das ist der Nacken, das ist die rechte Schulter, das ist die linke Schulter, das würde dann noch ins Bild passen. Von der Symmetrie oder von dem Bezug der Bewegungsfelden zueinander würde das reinpassen. Und dann sind wir natürlich bei einem Ziel, was schon eher Richtung 1950 liegt. Ja, es wird interessant. Heißt, man darf sogar von hier nach da auch eine Trendlinie ziehen, ja, das wäre dann die Nackenlinie, die wird Beachtung finden. Sonst bin ich immer kein Freund davon, aus einer Aufwärtsbewegung in Zwischentief zu greifen. Außerdem, da gibt es welche, die machen sowas regelmäßig, ich bin der Meinung, das sollte man auch nur machen, wenn es hier wirklich ins Bewegungsrappett reinpasst und dann sind wir bei einer 270. Ja, das, wenn er da drunter geht, könnte er das dann aktivieren. Aber ich denke, das sollte gar nicht so das Problem sein. Ja, ich denke unter 400, 320, 340, das ist wichtig und da drunter ist eine 220, 200, glaube ich nicht, dass uns eine 270 da großartig dann sperrt. Ne, bleibt aber da drüber, kann seine 400 hier verteidigen, arbeitet nach oben gerade über 450, 480. Soll er halt machen. Dann warten wir noch einen Huch ab und verkaufen ihn von da wieder runter. Dann ist das so. Ja, dann muss im Zweifel da auch wieder ein bisschen mit was long versucht zu werden, Intraday. Ja, das ist dann einfach so. Damit müssen wir leben. Da müssen wir uns im Zweifel jeden Tag wieder umdrehen. Ah, wenn er sich so störig hat, wenn er sich so dusselig hat. Aber wie ich das gestern schon gesagt habe, die Basis hier mal ein bisschen tiefer wegzukippen, ist eigentlich ziemlich gut. Bin ich deswegen am Freitag sehr gespannt, was er jetzt daraus macht. Ja, ob er uns hier nach unten puckelt. Und, ja, haben klare Konten, können das schön abgrenzen. Sollte gar nicht so schwer zu handeln werden. Deswegen mache ich hier die Analyse schon mal zu. Ein Webinar machen wir am Sonntag 10 bis 12. Dann wünsche ich euch viel Erfolg morgen, gutes Gelegenheit und allen anderen ein schönes Wochenende. Bis Sonntag für die Analyse zum Montag dann wieder. Tschüss.